hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde super mario maker 2 im abenteuer modus wir sprechen direkt mit todett und geben 1200 für das hauptgebäude aus natürlich kann der bau beginnen alles klar an die arbeit leute also vier quests die bauarbeiten am ersten obergeschoss des hauptgebäudes haben begonnen erfülle einfach nur weiter auf deine aufträge und schafft das geld dran dann soll es an uns nicht scheitern alles klar sie mal die neuen aufträge an wissen wirbelwind ich habe in der wüste wirbelwinde herauf beschworen wer trotzdem das ziel erreicht kriegt eine belohnung wenn du noch hinaus willst drücke b am tiefsten punkt in einem wirbelwind hoch hinaus viel spaß da draußen ja klar wüsten wirbelwinde von magie es wüsten wirbelwinde von magie es ist sooo zack wunderschön 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 gucken wir doch mal dass wir die zähne münze da kriegen wunderbar da haben wir dann auch die zähne münze wunderbar wir müssen jetzt einiges an kohle reinholen weil ich schätze mal nachdem drei leveln wird das relativ teuer das heißt sofort die nächsten auftrag starten beim springen verboten junger freund das hier ist eine herausforderung für echte stars kannst du den level abschließen ohne je zu springen oder herunter zu fallen kleiner tipp halte y um schneller zu laufen aber nur im richtigen moment pass auf dich auf springen verboten vom zirkusdirektor ok kriegen wir hin weiter geht's wunderbar hä hä das ist geil ich habe die zielbedingungen verkackt wo habe ich den boden verlassen ich weiß wo die federn waren zu hoch und da habe ich ein millimeter im mond verpasst wie es ausscheinnt oh ja oh 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 no oh 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 So. wunderbar hier muss ich weiter stehen bleiben bis jetzt und jetzt habe ich noch die zielbedingungen das war knapp einfach durchziehen so let's go dann hier rein so wie soll ich ihn die 30 münzen da holen keine ahnung so so das ist cool gefällt mir ich wäre beinahe runtergefallen jawohl geschafft 249 münzen sehr schön so aufträge aufträge zu vergeben er will noch mal wer hat noch nicht wilde wilder kutschen red ich habe ein level mit feuer junior clown kutsche gebaut der nicht ab ist der ist absolut cool halte y gedrückt um harte blöcke zu zerstören und gegner zu resten wenn du eine röhr in eine röhre willst steige mit er aus na dann los geht's wilder kutschen red okay da kommen goombas wunderbar okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 tolles level gefällt mir echt gut aber hey 242 hammer dann wollen wir doch mal gucken ja noch eins sondern ist das hauptgebäude zweite geschoss fertig aufträge aufträge blablabla kennen wir schon ketten greifer hänger therapie bei der arbeit war ich nicht war nicht viel zu tun da habe ich mir ausgedacht was man mit ketten greifen alles anstellen kann wenn man ihnen zu nahe kommt lassen sie fallen was sie gerade begriffen haben probiere es doch mal aus ob du bis zum ende kommst grün schnabel zimmermann na dann zeigt mal was du hast dann müssen wir jetzt gucken welcher das richtige ist ärgerlich und tot natürlich kompakt kann doch jetzt nicht so schwer sein da und dann springt er mir hier runter ich glaube ich spinne dann wollen wir doch mal gucken lange mal hier rüber da ist ein da ist ein Nein, das ist sehr schön, so. Sehr schön. Und hier müsste der Schlüssel sein, sehr schön. Hier gibt es so eine Peace Wedge. Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Wir müssen hier jetzt den Goomba holen. Ja, schon wieder verkackt. Oh, wir holen uns den Peace Wedge hier. Aktivieren den. Lassen den hier greifen. Und lassen den Goomba eigentlich da frei. Aber hey. Nein. Ich kapier's nicht. So, greif da. So, genau. Wow. Ah. Ah. Compaq. Danke. Und jetzt ins Ziel. Wunderbar. So. Und dann sollte doch jetzt das Gerüst fertig sein, ne? Geld einsammeln. Sehr schön. Und Hauptgebäude. Erste Obergeschoss ist fertig. Sehr schön. Dann können wir ja mal fragen. Hier. Wie sieht's aus? Das erste Obergeschoss des Hauptgebäudes steht. Jetzt kommt man durch das Tor schon mal nach oben. Wie gut das alles aussieht. Mein eigenes Talent macht mir Angst. Dann weiter. Keine Mülligkeit vorschützen. Vortäuschen schätze ich mal. Da kann ich irgendwie nicht weiter bauen. Im Moment können keine neuen Arbeiten angefangen werden. Aber es kann nicht schaden weiter Aufträge zu erledigen. Oder du sprichst mal mit den Bauarbeitern. Das motiviert sie sich ja. Moment mal. Alle drei Bauarbeiter liegen auf der faulen Haut. Streik. Maulerei. Meuterei. Sabotage. Okay. Aber. Ich würde sagen. Das war's für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rot rein. Tschüss.